Unfassbar. Henrik Wüst bezeichnet die AfD öffentlich als Nazi-Partei. In einem jüngsten Gespräch mit der angesehenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Henrik Wüst, der momentane Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, für aufsehenerregende Bemerkungen bezüglich der AfD geäußert. Seine Kommentare beleuchten nicht nur die angespannte Dynamik zwischen den etablierten Parteien und der AfD, sondern zeigen auch die gegenwärtige Art und Weise politischer Debatten in Deutschland. Während des Interviews verurteilte Wüst die AfD scharf und bezeichnete sie pauschal als Nazi-Partei, was als ziemlich skandalös betrachtet wird. Diese Bemerkung verallgemeinert Millionen von Menschen und stellt die Frage, ob es gerecht ist, eine demokratisch gewählte Partei so zu bezeichnen und welche Konsequenzen dies für den politischen Austausch und die Demokratie insgesamt hat. Wüst, ein CDU-Mitglied, gehört einer Partei an, die sich in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Einst als zentristisch und konservativ angesehen, hat sich die CDU neuerdings mehr zur politischen Mitte hin orientiert. Einige Kritiker behaupten, dass diese Veränderung innerhalb der CDU dazu geführt hat, dass viele ihrer traditionellen Wähler zur AfD übergegangen sind. Wüst gibt in dem Interview zu, dass der eigentliche Kern der CDU nicht konservativ war. Eine Einsicht, die für viele, die die CDU noch immer als konservative Macht sehen, überraschend sein mag. In Nordrhein-Westfalen hat sich die politische Szenerie ebenfalls geändert, da die CDU eine Allianz mit den Grünen eingegangen ist, was auf die sich wandelnde Natur der CDU und das Verschmelzen traditioneller politischer Grenzen in Deutschland hindeutet. Im Zuge dieser politischen Veränderungen versucht Wüst, seine Position zu festigen und die CDU als zentrale politische Kraft zu positionieren, indem er die AfD im Interview als extremistische Partei darstellt, möglicherweise in dem Versuch, moderate Wähler anzuziehen. Schließlich reflektieren Henrik Wüsts Äußerungen nicht nur seine Sicht auf die AfD, sondern auch die weitreichenden politischen Veränderungen in Deutschland. Doch mit solchen kriegerischen Äußerungen könnte er sich zunehmend isolieren. Like und folge uns für mehr News!